Hallo, mein Name ist Michael Rothkirch und ich bin seit 2008 in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche für Sie unterwegs. Herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich habe diese Seite hier erstellt, um Kunden und Interessenten über die wichtigsten Versicherungsthemen zu informieren und ihnen auch Mehrwert zu bieten. Geben Sie mir gerne Feedback und nun viel Spaß beim Stöbern. Untertitelung des ZDF, 2020